Das Pas de Deux. Annegret Jensen und Dr. Rainer Klimtke tanzen den Krönungsmarsch beim Pas de Deux des Jahrhunderts. Nicht enden wollender Beifall für diesen Tanz der beiden Spitzenkönner auf ihren Pferden Marzock und Ahlerich. Erleben Sie zunächst Zeitluppenstudien aus diesem Pas de Deux des Jahrhunderts. Und jetzt haben Sie auch noch gewünscht zu sagen, ne? Wir müssen die Pferde sein. 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 Applaus 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 Musik 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 Musik